Moin Leute, hier ist Tim und ich habe heute nochmal ein Grafikkarten-Review für euch, was eigentlich schon lange überfällig ist, denn die Grafikkarte liegt schon sehr lange bei mir rum und ich hatte sie auch schon im Mittelklasse-Grafikkarten-Vergleich vor einigen Monaten mit dabei, wo ich einmal darauf eingegangen bin, was zu dem Zeitpunkt damals denn so die beste Grafikkarte aus der Mittelklasse war. Und mit dabei im Test und heute schauen wir uns diese Grafikkarte noch einmal genauer im Detail an, war die Sapphire Pulse RX 6700. Die 6700 hatte ich ja auch vor einigen Tagen schon in meiner aktuellen Grafikkarten-Kaufberatung angesprochen und wir wollen uns heute nochmal im Detail dieser Grafikkarte widmen und einmal ausführlich klären, ob sich der Griff zur RX 6700 und speziell zu diesem Custom-Modell von Sapphire denn derzeit lohnt. Bei VIP-CDK-Deals.com findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei CDK-Deals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows-Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei CDK-Deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu VIP-CDK-Deals findest du in der Videobeschreibung. Die RX 6700 kam ja damals relativ überraschend von AMD noch so nachgeschoben zwischen der 6700 XT und 6600 XT oder 6650 XT mittlerweile und kommt auch als so ein Mittelding zwischen diesen Modellen mit 10 GB Grafikspeicher daher. Die 6700 XT hat ja 12 GB, die 6650 XT hat 8 GB Grafikspeicher. Und performance-technisch, das haben wir schon damals im Mittelklasse-Vergleich bei mir gesehen und jetzt auch in der Grafikkarten-Kaufberatung haben wir es nochmal angesprochen, platziert sich diese Grafikkarte auch relativ mittig zwischen diesen beiden weiteren Modellen von AMD. Und preis-leistungstechnisch ist das an sich eine sehr interessante Grafikkarte und das Custom-Modell, die Pulse von Sapphire, hat damals auch schon im Vergleich der Mittelklasse-Grafikkarten sehr gut abgeschnitten. Und das wollen wir uns jetzt auch nochmal gleich im Detail anschauen, denn der Kühler ist vernünftig dimensioniert, die Grafikkarte läuft sehr, sehr leise. Zu den Zahlen kommen wir gleich noch, das kann ich aber jetzt schon mal vorweg sagen und an sich ist es, was das angeht, rein von der Hardware, rein von der Performance, wirklich eine gute Wahl bei der 6700. Viele Custom-Modelle gibt es ja auch gar nicht, eigentlich hat man nur die Wahl so wirklich zwischen Power, Color und Sapphire, aber dazu kommen wir auch später nochmal. Wenn man sich die Grafikkarte so anschaut, dann sieht man schon, der Kühler ist nicht gerade klein, es ist ein zweieinhalb-Slot-Design mit zwei Axiallüftern, die haben eine Größe von 95 Millimetern, sind also auch relativ groß. Und wir haben auch eine Backplate mit dabei, die auch ganz schick designt ist, also insgesamt macht die Grafikkarte schon einen guten Eindruck, so wie man es eigentlich von Sapphire auch gewohnt ist. Für die Stromversorgung benötigt man nur ein PC-Express-8-Pin-Kabel, das spricht schon mal auch für die Energieeffizienz dieser Grafikkarte, wobei wir da natürlich auf einem Effizienzniveau von der damaligen Generation sind. Die Grafikkarten der aktuellen Generation, die aber ja eher im Oberklasse- bis High-End-Bereich derzeit nur released sind, sind natürlich deutlich effizienter. Da werden aber voraussichtlich wahrscheinlich schon Ende Mai die nächsten Modelle kommen und vielleicht auch schon die ersten Mittelklasse-Modelle. Das bedeutet, da wird man sehr wahrscheinlich dann auch bald deutlich effizientere Grafikkarten bekommen. Aber das sollte es erstmal vorweg so gewesen sein. Ich möchte mich damit nicht zu lange aufhalten, weil wir die Grafikkarte ja auch schon mal in einem anderen Video hatten und uns da schon mit diesem Modell beschäftigt haben. Wir schauen uns jetzt erstmal im Detail noch einmal die Benchmarks an, beziehungsweise dann auch das Performance-Rating. In den Spiele-Benchmarks liegt diese Grafikkarte mittlerweile fast ganz unten in meinem Vergleich, weil ich leistungsschwächere Grafikkarten zuletzt nicht mehr in den Tests mit drin hatte. Hier bei den Spiele-Benchmarks liegt sie meistens auf einem ähnlichen Niveau wie die Intel Arc A770, beziehungsweise mal ist die RX 6700 ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Von der RTX 3060 Ti muss sich die RX 6700 ab und zu ebenfalls oder meistens ebenfalls geschlagen geben in dem einen oder anderen Spiel, kann aber auch mit der 3060 Ti gleichgezogen werden. Das kommt immer etwas auf das Spiel an. Insgesamt im Performance-Rating ist es dann relativ stark abhängig von der Auflösung, wie gut die RX 6700 performt. Wenn man sich die Full-HD-Performance anschaut, dann sieht man, da hat die Grafikkarte wirklich ihre Stärken, denn mit durchschnittlich 97 FPS in Full-HD in den getesteten Spielen liegt die Grafikkarte quasi gleich auf mit einer RTX 3060 Ti. Und eine RTX 3060 Ti ist deutlich teurer. Dazu kommen wir gleich oder später nochmal beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch in 1440 Ti liegen die Grafikkarten dann fast gleich auf und die Intel Arc A770 wird da eigentlich durchgängig geschlagen. Nur in 4K muss sich die RX 6700 von sowohl der 3060 Ti als auch der Intel Arc A770 geschlagen geben. Aber das ist ja definitiv nicht die Auflösung, die das Ziel dieser Grafikkarte ist. Wer sich diese Grafikkarte kauft, der wird sehr wahrscheinlich in Full-HD spielen, vielleicht noch in 1440 Ti. Darauf kommt es an und da performt die Grafikkarte wirklich sehr gut. Mitteln wir trotzdem nochmal alle Auflösungen insgesamt für das gesamte Performance-Rating. Und hier habe ich auch noch ein paar andere Grafikkarten mit dabei, wobei die Werte mit Sternchen lediglich berechnet sind. Also beispielsweise von der 6650 XT, der Wert ist berechnet, auch der von der 6700 XT. Aber insgesamt, wenn man über alle Auflösungen mittelt, dann kommen wir auf 67,7 FPS im Durchschnitt. Das ist etwas schwächer als bei einer 3060 Ti und liegt relativ mittig zwischen einer 6700 XT und 6650 XT mit einer leichten Tendenz zur 6650 XT. Das ist auch noch wichtig, denn das wird nachher noch im Preis-Leistungs-Ranking relevant. Aber insgesamt immer noch eine Grafikkarte, mit der man ohne Probleme sehr gut alle aktuellen Spiele spielen kann, auch auf den höchsten Grafikeinstellungen. Ich teste ja eigentlich in höchsten Grafikeinstellungen und wir kommen hier trotzdem im Durchschnitt auf fast 100 FPS in Full-HD und auf ungefähr 60 FPS über alle Auflösungen gemittelt. Gut, es sind auch Spiele dabei, wo man relativ viele FPS bekommt, nämlich beispielsweise Call of Duty. Aber insgesamt zeigt diese Grafikkarte trotzdem immer noch eine sehr gute Performance. Aktiviert man Raytracing, sieht es für AMD natürlich immer ein bisschen schlechter aus. Das ist dann hier auch bei der 6700 der Fall. Hier liegt die Grafikkarte dann in meinem Testfeld durchgehend auf dem letzten Platz. Und Raytracing sollte definitiv nicht der Anspruch sein, wenn man sich diese Grafikkarte kauft. Denn im Performance-Rating werden in Full-HD dann gerade mal noch etwas über 40 FPS im Schnitt erreicht. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Raytracing lieber immer auszulassen. Bei aktiviertem Raytracing liegt die Grafikkarte aber tatsächlich ein bisschen dichter an der 6700 XT als an der 6650 XT. Ist natürlich ganz nett, dass man hier eine etwas bessere Performance hat. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist die Raytracing-Performance in diesem Leistungssegment einfach nicht wirklich relevant. Wenn einem die FPS nicht reichen, kann man natürlich auch noch AMD FSR aktivieren. Ich habe hier auch noch mal vier FSR-Benchmarks mit reingepackt. Da sieht man noch mal, dass auch damit durchaus ordentliche FPS-Sprünge möglich sind. Also hier in Dying Light 2 zum Beispiel. Ich teste mit FSR und DLSS immer nur in 4K. Aber 33 FPS in nativen 4K. Knapp 60 FPS dann in FSR-Balance. Das ist eine Bildeinstellung, mit der man eigentlich auch kaum Qualitätsunterschied bemerkt. Also da kann man dann doch auch einiges rausholen. Auch in Call of Duty Vanguard wird die FPS-Zahl fast verdoppelt. Und in Cyberpunk 2077 und auch in Red Dead Redemption 2 sind leichte FPS-Sprünge möglich, aber die sind dann nicht mehr annähernd so groß wie bei den anderen beiden Spielen. Hier ist allerdings auch in der Qualitätsstufe von FSR von mir getestet worden. Das heißt, da ist die Bildqualität noch mal etwas besser. Dafür haben wir aber auch keine großen FPS-Sprünge mehr. Die Performance der AX6700 ist ja an sich hinreichend bekannt. Und wir wollen uns deswegen jetzt nächsten Schritt noch mal dem Kühler der Sapphire Pulse widmen. Denn das ist tatsächlich dann aus meiner Sicht der deutlich interessantere Teil. Wie schlägt sich dieses Custom-Modell bei der Kühlleistung? Zusammengefasst kann man sagen, sehr, sehr gut. Denn die Lautstärke unter Gaming-Last lag gerade mal bei 3,9 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel. Und das ist damit quasi nicht zu hören. Ich sage immer so unter 5 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel ist quasi ein lautloser Betrieb. Da wird man die Grafikkarte eigentlich nicht mehr raushören. Und unsere AX6700 von Sapphire liegt hier dabei deutlich darunter. Und auch bei der Temperatur braucht man sich keine Sorgen machen. Denn unter Gaming-Last erreichte die Grafikkarte maximal 67 Grad. Das ist ein Wert hier im Mittelfeld. Der ist komplett in Ordnung. Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass die Grafikkarte zu heiß wird. Und eine manuelle Lüfterkurve brauchen wir da auch nicht einstellen. Obwohl eigentlich ja noch Luft nach oben wäre. Man könnte die Lüfterkurve noch ein bisschen weiter absenken. Dann vielleicht auf eine Temperatur von 70 bis 75 Grad gehen. Und hätte einen noch leiseren Betrieb. Ist aber eigentlich gar nicht notwendig. Denn die Grafikkarte läuft ja eh schon leise genug. Das hängt natürlich auch mit der geringen Leistungsaufnahme zusammen. Die liegt unter Gaming-Last. Also die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems liegt unter Gaming-Last bei 278 Watt. Vergleicht man das mal mit einer aktuellen Grafikkarte. Es ist fast das Niveau einer RTX 4070. Die natürlich nochmal jetzt mittlerweile deutlich besser performt. Es ist halt eine neue Generation. Da sieht man natürlich, neue Grafikkarten sind nochmal deutlich effizienter geworden. Aber für den Stand von der Vorgängergeneration ist das wirklich eine ziemlich geringe Leistungsaufnahme. Insbesondere wenn man sich die Effizienz anschaut, sieht man natürlich, dass die Vorgängergeneration mit den aktuellen Grafikkarten nicht mehr wirklich mithalten kann. Die Sapphire Pulse RX 6700 kommt auf eine Effizienz von 4,1 Watt pro FPS. Das ist für die Grafikkartengeneration in Ordnung. Aber die aktuellen Grafikkartenmodelle schaffen halt weniger als 3 Watt pro FPS. Also das ist natürlich schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Die Lüfter der Sapphire Pulse RX 6700 drehen dann bei maximal knapp 1200 RPM. Das erklärt auch, warum die Grafikkarte so leise ist. Also der Kühler der Sapphire Pulse kann wirklich überzeugen. Also wenn man ein RX 6700 Modell sucht, dann findet man mit der Sapphire Pulse auf jeden Fall ein sehr gutes Custom-Modell, was man bedenkenlos kaufen kann. Einziges Problem aktuell ist leider der Preis. Denn im Moment ist die Sapphire Pulse RX 6700 relativ oder ziemlich teuer. Die kostet mittlerweile im Moment knapp 420 Euro. Und das würde ich für die Grafikkarte nicht bezahlen. Denn wir bekommen die PowerColor Fighter RX 6700 derzeit für ungefähr 340 Euro. Und da muss ich sagen, ist sehr schade, dass dieses Custom-Modell im Moment so teuer ist. Wenn das wieder günstiger zu bekommen ist, ich sage mal für so 360 Euro, dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Für 420 Euro macht es aber einfach keinen Sinn, weil man kriegt für 400 Euro auch schon eine RX 6700 XT. Und da würde ich auf keinen Fall dann für 420 Euro die Sapphire Pulse RX 6700 kaufen. Also, wenn ihr eine RX 6700 kaufen möchtet, weil grundsätzlich ist es immer noch eine vernünftige Mittelklasse Grafikkarte, dann greift er zur PowerColor Fighter. Ich habe die PowerColor Fighter als RX 6600 XT getestet, also etwas leistungsschwächer. Da performte der Kühler von PowerColor aber auch schon richtig gut. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass das bei der RX 6700 auch kein Problem sein wird. Deswegen meine Empfehlung, wenn es eine RX 6700 sein soll, nehmt die PowerColor Fighter. Es sei denn, diese Grafikkarte wäre günstiger zu haben, denn für 420 Euro macht es einfach keinen Sinn, zu der zu greifen. Wir sehen das hier im Preis-Leistungs-Ranking. Für den Preis der PowerColor Fighter würden wir hier bei einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 5,1 Euro pro FPS liegen. Das wäre wirklich gut, nicht optimal. Eine RX 6600 XT hat immer noch ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, ist aber natürlich auch noch mal ein bisschen leistungsschwächer. Und auch eine RX 6700 XT hat ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich sage mal, mit den 340 Euro liegt das noch im Rahmen. 420 Euro ist aber deutlich zu viel, da wird das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich zu schlecht. Trotzdem ist auch die RX 6700 XT definitiv einen Blick wert, denn die kriegt man im Moment für ungefähr 380 Euro. Und da liegt die Grafikkarte dann tatsächlich mit ungefähr 4,9 Euro pro FPS beim Preis-Leistungs-Verhältnis ein Stückchen vor der RX 6700. Und viel teurer ist die 6700 XT ja nicht. Man muss gerade mal knapp 40 Euro mehr auf den Tisch legen. Und dafür bekommt man einfach noch mal eine etwas bessere Performance und auch noch 2 GB Grafik-Speicher mehr. Also kann definitiv auch ein Blick wert sein. Die RX 6700 ist aber keine schlechte Grafikkarte aktuell. Wer sich als Budget-Grenze, ich sage mal, so 350 Euro gesetzt hat, für den ist die RX 6700 aktuell eine vernünftige Wahl. Leider nicht die Sapphire Pulse, nicht weil sie schlecht wäre, sondern weil sie einfach im Moment zu teuer ist. Wenn die Grafikkarte aber wieder günstiger werden sollte, dann könnte man bei der auf jeden Fall noch zuschlagen. Es sei denn, bis dahin sind andere Mittelklasse-Grafikkarten auf dem Markt, die mehr Sinn machen. Da müsste man dann nochmal gucken. Aber von der reinen Kühlleistung, vom Kühler, von den Temperaturen ist es wirklich ein sehr gutes Custom-Modell. Habt ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen zur Sapphire Pulse RX 6700 zu meinem Test hier, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr nochmal einen Link zu dieser Grafikkarte, aber auch zu der PowerColor Fighter, wenn ihr eine RX 6700 kaufen möchtet, in der Videobeschreibung. Da habe ich beide nochmal verlinkt und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein.